hey leute ich habe eine kurze pause und wollte die gelegenheit nutzen ein paar minuten durch den schnee zu stapfen ich finde es einfach geil einfach nur geil ist der hammer oder absolute hammer und das so kurz vor weihnachten ich hoffe dass diese pracht noch bis weihnachten anhält oder auch was mir noch viel lieber wäre dass diese pracht bis zu uns hinunter ins tal reicht ich bin gerade auf oder im hochschwarzwald in der nähe vom kniebiss unweit vom windrad und genieße gerade meine pause was gibt es geileres als bei dem wieder die schnee zu stapfen wir haben ja vor kurzem im winter einbruch der bis ins tal runter gereicht hat bis vor unserer haustür momentan ist bei uns wieder etwas grüner geworden aber hier oben hat sich der schnee wunderbar gehalten und ich muss sagen es ist einfach der hammer es ist so leise okay ich glaube hier gerade in der gegend rum aber ist so derart leise man hört kaum was der schnee schluckt so viele geräusche der hochnebel nimmt noch mehr geräusche es ist einfach herrlich schaut mal die landschaft hier an das windrad steht gerade still ein bisschen wind alles eingeschneit schönste winterlandschaft hier bei uns im schwarz leise man da rein mal da rein das ist der hammer hier da haben ich kann es gar nicht beschreiben frische klare kalte luft schnee so weit das auge reicht ich stelle euch das mal vor bei sonnenschein blau im himmel das ist der hammer das ist der hammer gerade eben spreche ich noch von blauem himmel und sonnenschein und schaut mal da rum das ist geil der hammer 2 grad plus sonnenschein das windrad ich bescheiß euch nicht das ist die 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 Amen. Ja, ich habe euch auf keinen Fall zu viel versprochen. In dem Sinn, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.